Alles klar. Wohl Sonntag euch. Wir hoffen natürlich, ihr verbringt die Zeit nicht draußen, sondern zu Hause vor dem Bildschirm. Damit ihr dieses wunderschöne Video gucken könnt. Heute was ganz Besonderes vorbereitet, denn Martin G ist am Start. Ja, ich bin am Start, aber ich weiß noch gar nicht, worum es überhaupt geht hier an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Ich habe lustige Fragen von der Plattform gutefragen.net rausgesucht. Ihr sollt auf diese Fragen antworten. Also die Person hat uns sozusagen gerade diese Frage gestellt. Genau. Da kommt jetzt direkt die Antwort. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube da kommt die ein oder andere Schandtat bei rum. Beginne mit der ersten Frage. Freundin will Schluss machen. Ich auch. Was sollen wir tun? Gerade ratlos. Schluss machen? Ja. Tschüss. Das war die Frage. Das hat der ins Internet gestellt. Also die Freundin will Schluss machen und er will auch Schluss machen. Dann würde ich Schluss machen wahrscheinlich. Wenn ihr beide Schluss machen wollt, ihr solltet euch noch eine Chance geben. Die zweite Frage zum Thema Fitness. Oh, das ist dein Milieu. Wie schaffen es Bodybuilder total unbehaft zu sein? Sie rasieren sich oder lassen sich waxen. Tatsächlich, die gehen dann zu einer Frau oder auch Mann. Oder auch Mann. Gibt es Männer, die waxen? Aber dann gehst du da als Frau und sagst einmal Brasilian waxing will. Du tatsächlich nicht. Ich lass mir gerade Haare stechen. Bei mir wächst halt auch nichts. Mein Toupé ist in den Rotkohl gefallen. Was tun wir? Aufsetzen. Hält besser. Auch ein bisschen Ketchup dazu. Am besten. Einfach so eine Gulaschkanone auf den Kopf setzen. Aber stell dir mal vor. Wir würden jetzt da in die Kommentare schreiben. Hau das Ding in die Trommel. Wasch das mal sauber. Da kommt ein richtiger Wischmopp raus. So ein schöner Wolfgang Petri. In die Reinigung bringen vielleicht. Ohne Spaß. Dann gehst du sehen. So ein Toupé. Könnt ihr das einfach machen? Kennst du das, wenn du in den Waschsalon reinkommst? Hängen doch immer die Anzüge. Und dann schieben wir es so sein. Und du hängst da dein Toupés. So ein trocknen noch. Da ist so ein halber Rotkohl drin. Oder fein säuberlich mit so einer Bürste in den neuen Salat reinkämmen. Vielleicht gar nicht lustig. Neues Toupé dann kaufen oder so. Ist aber auch gut teuer. Ja Toupés sind richtig teuer. Gute Toupés. Rotkohl Toupés. Hier hat er sogar noch weiter geschrieben. Ohne Witz. Eben ist mir mein blondes Toupé beim Kochen in den heißen Rotkohl gefallen. Nicht nur, dass er weinrot bis lila aussieht. Es scheint auch deutlich eingelaufen zu sein. Ich habe heute LSD genommen und muss gleich arbeiten. Was hilft als Gegenmittel? Als Gegenmittel? Krass. Ich würde einfach sagen, zieh durch. Arbeite drei Tage sonst ab und dann im Urlaub. Ich habe tatsächlich noch nie Erfahrung gemacht mit irgendwelchen Drogen. Aber es ist doch sowas wie so, so, so. Ja, ich glaube, man ist schon gut auf Zack. Je nachdem, was er beruflich macht. Wenn er Go-Go-Tänzer ist, hat er wahrscheinlich alles richtig gemacht. Ja. Und ist vollampf auf Fahrt ansonsten. Ich habe heute also für zwei Stunden das erste Mal LSD-Pappe genommen. Jetzt bin ich echt unterwegs auf dem Scheiß. Aber in der Stunde an der Arbeit sein. Wie lange wirkt das noch oder was hilft als Gegenmittel? Ich würde gerne wissen, wie schnell er diese Nachricht geschrieben hat. Krass, aber das ist nicht bestimmt. Aber ich würde gerne mal wissen, warum probiere ich das erste Mal in meinem Leben LSD aus, wenn ich weiß, ich muss auch in einer Stunde auf der Arbeit. Vielleicht hat er das ja letzte Woche genommen. Der ist einfach immer noch. Wie lange wirkt der Scheiß? Einfach erst mal nehmen und danach Gedanken machen. Also Tipp Nummer eins. Erst Gedanken machen und dann nehmen. Wobei Drogen gar nicht nehmen. Ja, immer ohne Flagg. Dann nennen und Whistle. Eine kleine... Auch das gibt's nicht. Eine kleine Technikfrage. Wartet der Strom hinter der Steckdose? Ist der Strom die ganze Zeit da? Irgendwo eine berechtigte Frage. Ja. Oder ist der auf Abruf? Steckste rein und dann ist da so einer, der ruft an. Hey, Strom, komm mal vorbei. Schick durch. Schick durch. Wir brauchen nicht einmal Strom. Was ist es denn? Ja, Laptop, Netzteil. Gut. Okay, volle Kraft raus. Das ist halt so, dass da diese Schutzfolien drin sind. Sobald diese Pins reingehen, schwimmt die Scheiße da schon entgegen. Wir könnten ja mal den Finger reinstecken in die Steckdose, um zu gucken, ob der Strom auf uns wartet. Oder mal ganz vorsichtig öffnen und fragen. Hallo? Hallo? Strom? Eon? Hallo? Mit großem Bizeps kommt große Verantwortung. Wie damit umgehen? Die Frage habe ich nie verstanden. Welche Verantwortung? Hä, habt ihr es jetzt schon verstanden? Habe ich noch nie gehört. Ich trainiere immer so mein Bizeps, jetzt weiß ich, danach habe ich mehr Verantwortung. Hier hat er noch ein bisschen weitergeschrieben. Ah, guck mal, das ist nämlich das Interessante. Man muss weiterlesen. Das sind immer die Leute, die lesen einen halben Satz und denken gleich... Nein, das war die Hauptfrage. Jetzt kommt dieses Kleingedruckte. Jetzt kommt das Kleingedruckte. Ich trainiere seit längerem und bin der mit Abstand Stärkste in meiner Klasse. Das verschafft mir viel Macht und Einfluss. Ich weiß, dass ich meine Kraft dafür einsetzen sollte, Gutes zu tun. Also die Schwächeren beschützen. Eigentlich ist das ja eine ganz gute Frage. Dann sollte er ab und zu auch mal seine Gehirnmuskeln trainieren. Oh, das Wantes. Das Wantes. Wie heißt er denn? Einmal sitzen geblieben wahrscheinlich. Das Wantes. Ja, ich würde sagen, du machst einfach vor der Klasse zwei Zehn Türsteher. Ja, aber die Schwachen beschützen ist immer ganz gut. Robin Hood Style. Ja, ist ganz gut. Passend zum gestrigen Video eine Star Wars Frage. Oh! Gibt es leuchtende Kondome, die in der Nacht wie Lichtstärker bei Star Wars leuchten? Das wäre die geilste Erfindung. Wirklich. Globcocks. Gibt es das? Globcocks? Globcocks? Also ich würde tatsächlich sagen, dass die meisten von uns eher, wenn sie so richtig in Fahrt kommen. Nein. Ein Lobcocks. Wenn sie richtig in Fahrt kommen, eher auf der dunklen Seite der Machtseite und ein rote Schwert haben wollen. Aber leuchtende Kondome habe ich noch nie gesehen. Wir fragen mal einen Experten. Sabi wohl schon. Du kannst ja mal richtig in die Höhle reinlaufen, oder? Oh mein Gott. Pumpt die Palme an. Wir mochen das. Eigentlich ist das aber auch gar nicht so cool, weil jetzt denke ich gerade drüber nach. Razerschwerter, als würden wir jetzt hier unsere Schniedel kreuzen. Das ist ja schon ein bisschen... Hängt spinnt sich auch schon wieder ein zu Recht hier. Keiner redet von uns und das tut schon wieder. Weil so Globcocks an mich denkst und wir machen Kreuz-Ching-Ching. Warum denn? Da hat jemand eine Frage und du kommst mir direkt schon wieder mit. Jetzt muss ich hier mein Glowdy rausholen. Ich würde aber eher denken, dass das aus so einem speziellen Stoff durch Licht aufgeladen wird. Und damit dieses UV-Licht. Schwarzlicht. Das geht nicht. Der Link zu den Globcocks. Unten in der Infobox, Leute. Checkt's auf jeden Fall mal ab. Safety first, Leute. Wir lachen hier über dieses ja auch. Es ist ja gar kein Spielzeug, sondern auch eine Ernsthaftigkeit, die dabei ist. Das muss man auch mal erzählen. Gerade beim Sex im Dunkeln. Ja, das war wirklich auch einer meiner ersten Ideen. Nachts im Park. Habe ich nichts mehr zu tun. Kenne ich mich nicht. Aber habe ich schon mal gesehen, dass das Leute tatsächlich betreiben. Und wenn du dann im Dunkeln tagst und packst dann deinen Glowcock aus, dann bist du natürlich... Dann findest du auch. Zieh dir mal rein. Auf so einer Raver-Party? Alles so am Dancen. Der ein oder andere Glowcock fällt da gar nicht mehr auf. Hat der Glowcock geschrieben oder ist das jetzt gerade schon so eine... Achso. Ja, lass direkt patentieren. Ich will nur erwähnen, das sind nicht unsere Fragen hier. Das sind Leute aus dem Internet. Wir versuchen hier wirklich nur zu helfen. Hey, ich habe eine Hose gemalt. Was kann ich dazu malen? Ein Herz. Ein Rosenblatt. Ich liebe dich schreiben. Oder einen Glowcock. Oh, ich zeig dir! Ja, genau das. Ah! So einer, der soll aus dieser butterweichen Hose rauskommen. Dann kommt dieser Glowcock und du drückst auf den Knopf und er leuchtet. Bald gibt es auch noch die Glowspirale für die Ladies. Boah. Alles scheiße hier, das Ding wird nicht gesendet werden. Die sind so mega bequem hier unten die ganze Zeit. Spiel dich mit denen so rum und frag mich, ob das wirklich deine sind. Die nächste Frage. Wo finde ich einen ungestörten Ort für Geschlechtsverkehr im Raum NRW, wenn es zuhause nicht geht? Direkt beim Nachbarn fragen. Ungeschützt ist, äh... Ungeschützt oder ungestört? Äh, ungeding. Warst du schon mal in so einer Situation, dass du dachtest, so jetzt habe ich Lust, aber wo gehe ich hin? Weil Isabibu ist zuhause. Dafür würde ich gerne mal 30.000 Daumen nach oben. Oh mein Gott. Der Klassiker ist ja wirklich so ein Waldstück. Aber in Köln ist ganz gefährlich. Die Waldstücke hier drum rum... Also kennt sich jemand? Oh ja. Ich hab drei Jahre mit Ape Crime gedreht, immer in diese Wald... Okay, nee, warte, das geht in die falsche Richtung gerade. Wenn du in Aachener Weiher gehst, ne? Diese Waldstücke auf einem Quadratmeter sind mindestens drei Kondome verteilt. Immer so Verpackung. Leuchten wir ab? Leuchten wir auch, man weiß es nicht. Wir können leider da echt keine Typs geben. Also was jetzt hier die besten Orte sind... Hotel, ich würde sagen Hotel. Stimmt. Zwei Stunden Hotel. Letzte Frage. Müssen Zombies eigentlich auch scheißen? Ich geh davon aus, ja. Ich glaub, die haben sogar einen richtig guten Studiengang hatte. Was ist bei den Massen, die sie fressen? Ich glaub auch, Zombies haben richtig gut was am Stand. Die Frage ist, aus welchen Körperöffnungen die Zombies scheißen. Das wäre die Frage, die hier zu stellen wäre und nicht ob. Fressen Zombies eigentlich auch scheiß? Zombies sind Zombies, denen ist alles egal. Da gibt es keinen, da passiert nichts mehr. Ja, ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Ist irgendwie eine Neukreation eines Formats, das in der Form noch gar nicht existiert, oder? Hast du das schon mal gesehen? Nein, hab ich noch nicht gesehen. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, dann haut mal eure kreativsten und bescheuertsten Fragen in die Kommentare, dass wir auf eine Art und Weise, wie auch immer, darauf antworten können. Dann seid sicher, dass ihr den lieben E.G. mal auf seinem Chanelski rauscheckt. Er macht wundervolle... Machst du noch Videos? Ja, ich beantworte Fragen. Ich hab ein extra Video gemacht zum Thema Glowcocks, also wer mal Interesse hat, bei mir vorbeizuschauen. Geht mal jetzt richtig Gas. Also maximal 1000 Beschissene Fragen müssen da jetzt drinnen stehen, ey. Und dann kommt ihr zu mir auf den Kanal. Und auch noch Sabibu natürlich. Ihr bringt es auf Instagram. Liebe Freunde, wir sehen uns. Die Tage ist für einen neuen Video. Ich geh jetzt duschen. Stink wie. Zeit. Gewicht fällt es Portal. Irgendwann nicht. Da r ضren ist es.